hey freunde willkommen zurück schön dass ihr wieder dabei seid fragen stock hier ja winter dürfte 2021 sind am start und zwar zwischen nische und mainstream habe ich das jetzt mal sortiert das mainstream video kommt noch und das für die nische auch extra ich denke mal dieses jahr mache ich das so und ja die top 10 sind nicht einfach ihr kennt das ja und ich finde es immer ein bisschen schwierig ich habe das diesmal so gemacht die ich habe dürfte rausgesucht die wirklich beliebt sind und die ich persönlich sehr gut für das so ein bisschen gemischt und wenn ihr denn ja gespannt seid dann bis gleich da bin ich wieder ja platz 10 job oder parfüm ja das schöne job oder parfüm der ableger des klassikers und ich finde persönlich dass es sehr sehr gut geworden ist sehr sehr nice und da liegt die betonung auf nice würde ich mal sagen ich muss dazu sagen viele oder es geht in das geht nicht im netz rum aber viele meinen die ausstrahlung und die hyperkeit ist nicht gut das finde ich absolut da oder hat nicht finde es ist absoluter quatsch weil der hält seine elf stunden und hat eine wahnsinnig starke ausstrahlung draußen drin so und so über sechs stunden zimt haselnuss in der kopfnote ist schon richtig sehr sehr lecker bergamotte orangenblüte vanille das ganze zusammenspiel bei diesen neuen gefällt mir wirklich sehr gut und es hat auch ein ganz kleinen touch zum original von 89 so wenn man die alte version kennt nicht verwechseln mit ja das aber was redest du da das riecht doch gar nicht so ich sage fünf prozent im hintergrund hat hat job schon das alte original reingemacht sandelholz wie tv moos ist auch noch drin also dieser dürfte es wirklich sehr geil platz 10 so platz neun ist bentley intensiv bentley intenser sich die alte version wenn unten nur bentley drauf steht und das internes weggelassen ist es die ja reformulierte version hier steht noch intens drauf bentley intens das ist die wirklich 14 15 stunden version ich habe aber auch gehört dass die neue version 14 stunden halt soll bei vielen also immer dieses gerücht vielleicht wollen leute auch einfach immer nur was so ein gerücht in die in runde streuen und sagt er hält nicht mehr der hält nicht mehr aber ich kenne auch die aktuelle version ich kenne nur die und dies absolut wirklich nice ich sage ja mal das ist der rum duft obwohl überhaupt kein rum drin ist aber er riecht wirklich so sehr sehr geil rosengarane weihrauch und pfeffer und das merkt ihr am anfang und das ist das geile ja ich liebe ihn einfach bentley macht richtig geile dürfte leder und seiber im mittelteil das leder was so ein bisschen süßiges leder also auch in die richtung rum geht für mich ist so nice sehr geil dann zedernholz sandelholz und patchouli also dieser duft ist günstig werde natürlich alle dürfte unten verlinken so gut wie es geht schaut rein also der bentley intense ist auf jeden fall sehr sehr nah ist platz 9 so platz 8 perfekte mali pegasus exklusiv ja exklusiv warum der exklusiv ich finde einfach dass der manchmal draußen und vor allem wenn man unterwegs ist und wenn man denn und drinnen im büro ist wenn es kalt ist draußen also im winter kommt er einfach ein bisschen elegant darüber als das original sehr geiler duft ja sehr sehr lecker cardamom bergamot und pfeffer auch an anfang ich komme also in so richtung pfeffer ich finde es richtig gut ich bin so langsam ja nicht pfeffer fan würde ich jetzt nicht so sagen ihr kennt das ja nämlich von anfang an verfolgt er weiß ich war nicht immer so ein fan von wenn so viel pfeffer drin ist aber er ist wirklich sehr sehr ich habe den auf sylt auch getragen da war es ja schon ein bisschen also windig jedenfalls und kühler sehr sehr lecker jasmin lavendel und dann bitter mandel und das ist interessant wie bitter mandel und gleich vorweg nein es ist nicht fable ist von tom ford so riecht er nicht anders aber auch ein mandel duft er richtig gut ist vanille ambas an holz und so weiter dann in drei da und er ist richtig nice und der flakon da muss man nicht zu sagen dass es für mich immer eine zehn von zehn der deckel ist fast schwerer als der ganze flakon aber es ist einfach ein paar 15 mal hier auf 8 pegasux exclusive so auf platz sieben jahre salon war oder parfüm jetzt fragt ihr euch das war vor den pegasus exclusive zum beispiel oder bentley ich habe ja gesagt ich mich so ein bisschen diesmal zwischen beliebtheit und der ist so super beliebt er müsste was das angeht noch weiter höher und so wie ich das gut finde und deswegen ja er ist synthetisch da kennen wir aber er ist sowas von beliebt bergamotte ingwer apfel in der kopfnote der ampel apfel und der ingwer das ist das oder der hauptpunkt den ihr merkt sehr sehr geil und das gefällt mir einfach an den duft dann kommt sei bei wacholderbeere man sollte diesen duft eine chance geben man sollte wirklich diesen duft eine chance geben vor allen dingen wenn es kalt ist viele benutzen ihn sogar wenn es warm ist ja kann man mal machen aber nicht immer und viele kriegen auch kopfschmerzen von denen aber im winter ist da wirklich gut amber holz und weihrauch dann entweidern und wie gesagt frauen mögen diesen duft der ist so beliebt ich kenne jetzt nicht eine die sagt und wenn vorher leute das ist immer das lustige ich habe das so oft schon mal getestet da sagen die vorhin ja gehen wir mal weg mit dem duft paar stunden später getestet mit mehreren dürften den denn auch wo sie vorher gesagt haben nee der ist nichts ja dann auch geiler du fest das ist immer das man sollte vorher nicht so viel meckern und man muss das man muss ihn ja nicht ich will ihn ja nicht aufschwätzen aber ich sage euch er funktioniert im winter und er ist wirklich gut und deswegen von yves salon eau de parfüm sehr sehr geil so platz sechs kommt von louis beton und zwar ombre nomad ja in der fragan stock edition wie ich immer so schön sagt ihr könnt das eingravieren lassen auch bei louis beton ja was soll ich zu dem duft sagen ich der ist jetzt so gelistet von mir das ist ja nicht so einfach und den macht auch nicht jeder weil er ziemlich speziell ist und vor allem sehr stark in der ausstand und so weiter aber trotzdem ist belieben manche frauen sagen wow manche sagen gehen wir weg aber ich mache ihn ja auch sehr geil also er ist wenn es kalt ist ist ich will jetzt sagen unschlagbar ist wirklich sehr sehr geil und weihrauch himbeere mehr ist hier nicht großartig drin gleich vorweg kommt mir jetzt nicht mit warte mal gut himbeere taskeletta nein natürlich nicht taskeletta hier ist wirklich viele würden sagen kuhstall ut ich habe das nie so entfunden wenn man natürlich also es ist kein duft zum anfangen also das ist nicht gut fangt nicht mit diesem duft an das ist das geht nach hinten los also da fangt ihr lieber denn mit von tom ford wood an und so nicht mit diesen anfangen aber wir und dürfte markt und himbeere so leicht in hintergrund und weihrauch sehr sehr nice und Louis Vuitton also ich mache den flakon viele sagen der könnte ja ein bisschen besser dafür dass es Louis Vuitton ist man kennt das ja hätte der ein bisschen besser sein können aber ich finde schon sehr sehr nice so platz fünf ja der darf in keiner sammlung fehlen und viele würden sagen was der vor den düften die bis jetzt vorgestellt worden ist ja weil das ist genau so ein kandidat wie Yves Solano Y der sorry ihr wisst ja ich bin immer noch ein bisschen erkältet der einfach beliebt ist vor allem bei frauen und der kommt nicht nur bei frauen auch bei männer kommt einfach gut an armani code profumo so was soll ich dazu sagen armani code die ganze armani code 3 läuft und funktioniert grüne mandarine apfel kardamom an anfang der ist einfach ja ein bisschen synthetisch muss man sagen aber das ist der stärkste mit sehr guter haltbarkeit sehr gute ausstrahlung sehr die beliebtheit ist wirklich bombastisch muskat lavennel denn im mittelteil ich bin so wirklich ein bisschen verliebt in diesen duft allgemein dieser armani code 3 die ich noch mal vorstellen werde euch wenn ich alle dürfte noch mal nehmen die ist wirklich sehr sehr nice tonga bohne leder aber natürlich im dry down also das ist schon sehr geil leder dazu sehr einfach ein damit könnt ihr gar nichts falsch machen winter ja armani code profumo platz 4 kommt von search of und zwar amber gold ja amber gold ganz anders ja hier das ist das flüssige gold sehr sehr geil dass man sieht richtig wie viel öl ein teil dieser duft hat und der ist wer den noch nicht kennen oder wird auch nicht so oft vorgestellt aber das ist so ein richtig genialer duft ihr kennt ja meine beziehung inzwischen zu search of absolut nice absolut nice und das ist ein duft also ganz schwer zu beschreiben koriander in der kopfnote für die meisten sagen ja was ist was wert das jetzt koriander ne nicht abschrecken erst mal testen der duft ist wirklich hammer dazu kommt tangerine oder tangarine will nicht weiß nicht ob das jetzt richtig ausgesprochen ist ich weiß aktuell gar nicht das ist eine frucht glaube ich und die macht diesen duft so speziell weg ich das ist wirklich einzigartig dieser duft habe ich so noch nicht gehochen sehr sehr geil orangenblüte tabakblatt dann entzure tabakblüte in tabakblatt und absolut also tabak ist das schon immer so ein fall wenn das richtig zusammengefügt ist in manchen dürfen ist es einfach pervers nice dann kommt die mandelblüte noch dazu absolut geil also leute dass ich schwer ambas da ist schon hammer nehmen wir den mal weg amazon ist wirklich nicht eine andere liga aber was da ist aber amber gold so weit und er muss sich eigentlich gar nicht verstecken patchouli und moschus dann in dry down oder einer basis oder wie auch immer absolut geil amber gold so platz drei muss ich eigentlich nicht so viel zu sagen werde ich auch nicht viel zu sagen ist aber absolut ein genialer duft valentine umo intense also der super elegante trockene iris duft der absolut in dieser ersten version die ich immer noch habe ich habe auch ein glück noch genug drin wirklich ewig hält 15 14 15 stunden super ausstrahlung absolut hammer die mandarinen anfang ich merke sofort die iris die grundsätzlich aber erst im mittelteil kommt aber ich nehme sie sofort mit der tonka bohne war absolut nice denn vanille und schwarzes leder punkt das ist der duft schlechthin da liegt die betonung offen als was valentino da gemacht hat oder kreiert hat ist wirklich von aller feinsten also wirklich hammergeiler duft mehr will ich auch nicht sagen valentine umo intense auf drei auf platz zwei kommt ein duft der lange und immer noch mein signatur duft ist aber lange meine nummer eins war immer und zwar dior parfum so ein monster fast die haltbarkeit angeht 16 stunden super starke ausstrahlung absolut hammergeil nicht viel drin aber das ist ein könig für mich immer noch und das wetter auch immer bleiben absolut nice absolut weiß ja mal richtig drauf machen hier also dass endstation meine leute kennen mich die von anfang an dabei sind ist absolut endstation das ist ein leder duft von aller feinsten zusammen mit sandelholz ich bin auch meinung ein bisschen rose ist glaube ich nicht aufgelistet aber ein bisschen rose nämlich war aber minimal rose und lilie also das ist ein duft auch so ein bisschen trocken das ist schon immer wenn ich habe ihn lange nicht getragen und jetzt es wird wieder kommen also wenn ich das jetzt hier richtig hatte ihn ja einen kopf und den habe ich immer einen kopf immer ich weiß gar nicht euch in 2020 im video hatte aber das jetzt jetzt muss er wieder rein also die augen parfüm wenn ihr interessen könntet ach kauft ihn einfach blind absolut geiler duft so und der champ und die nummer eins heute ist winter dürfte 2021 nischen mainstream version nexus von zurtschaft sondern gleich vorweg ich habe den nicht auf 1 weil ich hiphop höre oder weil shindy im moment hyped ganz bestimmt nicht ich habe den schon gehypt bevor stehen die wahrscheinlich gehabt hat sehr geil absoluten monströser duft das zusammenspiel zwischen honig und tabak ist einfach hier in vollendung zusammengebracht dazu noch lavendel bergamot und die zitrone vor allen dingen und das macht ihn so genial das macht ihn einfach genial so und so ist das mehr will ich da auch nicht zu sagen nexus ist bei mir schon ein bisschen länger auf 1 nicht erst seit neuesten weil der moment jetzt auf einmal gehypt wird ich habe mich schon gehypt wie gesagt vorher und ja sehr geil absolut geil wer den ich kennt testen tonka bohne vanille dann auch und gleich vorweg kriege ich so oft die frage warum ist der weiß im internet ja weil das ein milchglas ist und die einfach die flüssigkeit so nicht darstellen wollen in der grafik und das deswegen weiß lassen also leute ihr könnt ihn trotzdem kaufen alles gut er sieht dann wenn er kommt bei euch so aus also keine angst nexus auf 1 so das waren meine düfte der woche wurde ich gerade sagt nein natürlich nicht die kommen auch aber das waren meine winter dürfte 2021 im nischenbereich und mainstream bereich so das video die top ten winter dürfte im mainstream bereich werden noch kommen fragt mich jetzt nicht unbedingt wann aber kommen und auch noch meinen nischen bereich da muss ich dann mal sehen da werde ich dir da wahrscheinlich raus lassen die jetzt hier drin waren da muss ich dann noch mal sehen aber das soll jetzt nicht so mal gucken mehr ganz raus lassen kann man sie nicht aber trotzdem das sind dürfte die im winter 2021 perfekt sind und einfach ja so sein und so sind wie sie sind einfach ganz einfach so dann bleibt gesund und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal